Du bist die Chefin. Alles wird gut. Wir hocken auf einem sinkenden Schiff. It's boring. Okay, I get it. Wir setzen unser schönstes Lächeln auf. Scheiße, das ist echt mein Tag. Auf den Tod unserer Prinzipien. Und lassen uns nichts anmerken. Dieser Zirkus geht mir auf den Sack. Das war mein Büro. Seine Klienten werden ihm folgen. Wir müssen reagieren. Was ist denn hier passiert? Wochenanfang. Es gibt einen dritten Arm. Ich hab gesagt, das Drehbuch sei gut, ohne es gelesen zu haben. Ellys Format wird zu ASK kommen. Mit all ihren Klienten. Wir sind verraten und verkauft.